Drosten, was machst denn du da? Ich geh nicht ab. Wenn du so weiter wackelst, dann geh ich gleich mal richtig ab. Steffi, ich klebe fest. Ich solidarisiere mich mit den Klimaprotesten der letzten Generation. Das ist doch den WDR-Zuschauern egal. Guck dich hier mal um, die sind doch alle erste Generation.